FIMOS-DOP ist derzeit nur für erwachsene Patienten zertifiziert, also bei einem Alter von über 18 Jahren. Möglicherweise kann es auch bei jüngeren Patienten angewendet werden. Im Moment liegen jedoch keine klinischen Studien vor, die die Verwendung im Kindesalter validieren. Das Röhrchen, das man für den Beginn auswählen sollte, ist das, welches sich am besten zur Öffnung der Vorhaut eignet. Dies bereitet auf die Positionierung der Röhrchen von unmittelbar nachfolgender Größe vor und es kann eine Ausdinnungssequenz begonnen werden, die keine Traumata oder Schwierigkeiten mit sich bringt. Ausdinnungen der Vorhaut sollten mit dem Penis im Ruhezustand vorgenommen werden. Wenn mit dem Dilatator eine Erektion auftritt, kommt es zu keinerlei Schwierigkeiten. Der Dilatator ist außerdem mit einer Öffnung ausgestattet, mit der man urinieren kann, und zwar für die gesamte Anwendungszeit des Dilatators.